Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellarz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller und mein Name ist Thomas Bellarz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem fantastischen Podcast. Ja Tom, wir müssen ja nochmal einen kleinen Rückblick machen zur vergangene Woche. Da hast du nochmal nachgelegt. Wer die Folge nicht gehört hat, sollte das nochmal tun. Da hat der Tom irgendwann gegen Ende vorgeschlagen, doch das Geld, was im Moment im Topf für die pharmazeutischen Dienstleistungen unabgerufen vor sich hin vegetiert, einfach genutzt werden sollte, um die Lieferengpässe, um die Apotheken dafür zu entschädigen, dass sie die Lieferengpässe handeln. Ja und das hast du dann nochmal, nachdem wir es da so kurz besprochen haben, in einem breiteren Kommentar, der ist auch bei uns im YouTube-Kanal bei Apotheker Talk, könnt ihr den finden, nochmal länger ausgeführt. Kommentar gibt es auch in schriftlicher Form, für die, die nur lesen können, aber nicht hören. Tom, wie war das Feedback? Ja, das Feedback war durchwachsen. Also vielleicht nochmal zum Vorschlag. Der konkrete Vorschlag ist ja, dass wir das Bedienen der Lieferengpässe als pharmazeutische Dienstleistung betrachten, was es faktisch auch ist, die sehr aufwendig ist, die heute mit nicht honoriert wird, auch noch nicht mit 50 Cent. Und dass man sagt, okay, dann soll das jetzt ab sofort in irgendeiner Form vergütet werden, dafür braucht es einen Leistungsschlüssel und dafür nehmen wir mindestens befristet, solange das Problem so evident ist, diesen Topf der pharmazeutischen Dienstleistungen. Da sind dem Vernehmen nach so roundabout 150 Millionen Euro gerade drin und die muppeln da fröhlich vor sich hin, weil faktisch die Apothekenteams ja keine Zeit haben, die in Angriff zu nehmen. Also mein Vorschlag war, Leute, bitte, bevor dieses Geld tatsächlich irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht, weil der Gesetzgeber, die Krankenkassen wir auch immer sagen, eine Kampagne machen, Achtung, die Apotheken leisten das gar nicht, packt doch noch eine pharmazeutische Dienstleistung da rein, nämlich das Bedienen von Lieferengpässen. Punkt. So. Was dann kam war, unter anderem, ja, wäre eine ganz gute Idee, also das kam durchaus auch, und endlich mal eine Idee, aber es kam halt auch von gar nicht so wenigen, ja, das wäre natürlich gefährlich, die pharmazeutischen Dienstleistungen, das wäre jetzt wichtig, dass wir die endlich hätten und dass das vergütet würde und deswegen sollte man da nicht dran kratzen und das nicht kaputt machen. Das zweite, was kam, kann man auch verstehen, den Gedanken natürlich, sehe ich auch, aber es muss halt auch in der Fläche erbracht werden können und das kann es ja nicht, solange die Zeit zum Beispiel für Lieferengpässe drauf geht. Ja, die ja auch noch nicht vergütet werden, das soll ja irgendwann kommen in diesem Gesetz mit dem schönen Namen Alp VVG, Nomen ist Omen, naja, jedenfalls, da ist ja der Kabinettsentwurf immer noch nicht da, soll jetzt am 5. April reinkommen, gibt es anscheinend noch Abstimmungsbedarf, da geht es vor allem auch um diese Austauschregeln und so weiter, ihr habt das sicherlich alles verfolgt bei uns. Ja, ich war gestern Abend, also kurz zur Transparenz, wir nehmen wieder Mittwoch auf, gestern Abend war ich beim Parlamentarischen Abend Landesapothekerverband und Kammer Baden-Württemberg und da sagte der Kammerpräsident Dr. Martin Braun eben auch, der pharmazeutischen Dienstleistung, natürlich müsste man da an der Honorierung, der einzelnen Honorierung für die erbrachten Leistungen nochmal ein bisschen schrauben, aber es wäre grundsätzlich erstmal ein guter Start, die zu haben. Und das ist natürlich so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, also man hat die jetzt und will dann jetzt an der Vergütung schrauben, kann kein Versuch sein, die irgendwie mehr in die Fläche zu bringen oder sie jetzt erstmal zu etablieren und dann eben an der Honorierung zu schrauben, weil man sieht, dass in der Praxis die Apotheken eben für das Honorar nicht erbringen können. Aber wie du schon meintest, das Geld liegt halt jetzt erstmal rum und wird nicht abgerufen. Ja, es liegt jetzt erstmal rum. Die Frage ist doch auch, die muss ich mir doch politisch auch stellen lassen, auch als Kammerpräsident, ob aus Baden-Württemberg oder wo auch immer. Was passiert denn mit dem Geld, wenn es nicht abgerufen wird? Glaubt man denn einfach, das bleibt dort und man legt es auf irgendein schönes Konto bei der Apo-Bank und da wird es zumindest verzinst oder so? Das ist doch nicht Sinn dieses Budgets, sondern Sinn ist, dass es jetzt sofort möglichst umgehend eingesetzt wird, Quartal für Quartal, für Leistungen, die an der Patientin erbracht werden sollen. Werden die nicht erbracht, wird der Gesetzgeber zwangsläufig die Kohle wieder zurücknehmen, einfrieren oder noch schlimmer, das Budget nachhaltig auf Strecke, auf das Maß runterfahren, was dann nach sechs Monaten, neun Monaten, zwölf Monaten ersichtlich erbracht wurde. Und deswegen sage ich, Leute, seid doch jetzt bitte clever, erweitert diesen Katalog im Gespräch mit dem Gesetzgeber, mit den Krankenkassen, wie auch immer, um diese Funktion, dann habt ihr eine Win-Win-Win-Situation. Das ist alles. Dass man gerne darüber, ja und dann kommen andere und sagen, ja und das Apotheken, das wollen wir nicht, aber das Apothekenhonoral. Sage ich, verstehe ich, das muss erhöht werden. Das eine tun, ohne das andere zu lassen, würde ich sagen. Der Gesetzgeber hat es gerade reduziert. Das ist der gleiche Gesetzgeber, dem ich sage, ja, der soll das mal jetzt erhöhen, der gerade vor drei Monaten oder wie auch immer das Honorar durch seine Erhöhung des Zwangsrabatts reduziert hat. Da wird nichts kommen. Da muss man auch, ne, ne, also demonstrieren ist wichtig und so kommen wir ja nachher vielleicht auch nochmal zu, aber ich glaube, es braucht jetzt, das muss jetzt gar nicht der beste Vorschlag gewesen sein, den Anspruch habe ich gar nicht, aber ich glaube halt, du musst jetzt da kreativer unterwegs sein, du musst dir Gedanken machen, du musst Angebote machen und zwar ganz viele. Und das geht über die markanten Forderungen, die zu Recht erhoben werden, halt hinaus. Punkt. Ich finde auch gerade das Engpassmanagement bietet sich dafür an oder drängt sich geradezu auf, der Politik mal vorzurechnen, wo man einfach jetzt schon Beitrag leistet. Andersrum könnte man wahrscheinlich genauso gut die Apotheken in dieser Phase sehr leicht entlasten und sich so ein bisschen bei den Entbürokratisierungsgeschichten freischwimmen, weil ich glaube, dass man da schon bei der Ampelkoalition auf offene Türen einrennt. Die haben sich das ja zumindest mal auf die Fahne geschrieben am Anfang in ihrem Koalitionsvertrag, dass sie in die Richtung gehen wollen. Das wäre wahrscheinlich auch ein Anlass, wo man jetzt einfach so nebenbei die Apotheken mal gut entlasten könnte, ohne dass es irgendwas kostet. Weil ich glaube, also sehe ich so wie du, jetzt da irgendwie auf einmal mehr Geld aus dem BMG zu ziehen, das wird eher schwierig. Ne, aber das liegt da. Also das ist ja das Besondere, ist irgendwie, dass da der Schatz irgendwie liegt und Schatz für Gegenleistung allerdings nur. Das heißt, es wird ja eine honorierte Leistung werden. So und das Budget ist da. Wenn das Budget nicht abgerufen wird, wird das passieren, was ganz normal ist, insbesondere bei öffentlichen Institutionen, bei Körperschaften, bei Bund, Ländern, Kommunen. Dann werden die Budgets fürs nächste Jahr gekürzt. Und das Budget, was ich nicht ausgegeben habe, das fällt irgendwann weg. Das ist einfach weg. Also die Kritik, die ich eher daran gelesen habe, ist, dass das, was jetzt da liegt, natürlich für diese Engpassbekämpfung dann auch wieder zu wenig ist. Und du dann da in den Honorar-Engpass reinrutschst quasi. Also das hat gestern die Tatjana Sammo, LAP-Vorsitzende, hat gestern gesagt, für diese 50 Cent, die jetzt vorgesehen sind, aktuell sind 24 Sekunden Arbeitszeit Apotheke. Die wollen also 21 Euro. Jetzt kann man mal, wenn man so ein bisschen die Gesetzgebung der letzten 150 Jahre verfolgt hat, sich überlegen, ob das passieren wird, ob diese 50 Cent auf 21 Euro aufgerundet werden. Aber das wäre ja dann trotzdem jetzt aus Sicht von einer politischen Herangehensweise der Apotheker müsste man ja überlegen, will man jetzt auf diese Honorierung da setzen? Oder das kombinieren mit diesem anderen Vorschlag, den du jetzt einfach mal so ins Spiel gebracht hast, mit den pharmazeutischen Dienstleistungen. Also man müsste ja irgendwie der Politik ein Angebot machen. Ja, eben. Und je mehr Angebote ich mache, desto eher komme ich in eine Debatte und desto breiter ist das Lösungsspektrum. Das ist relativ einfach. Und das andere Thema, was ich sehe, ich möchte hier, das ist noch nicht mal ein schräges Beispiel, weißt du, da sagen die Leute, nee, das dürfen wir jetzt auf keinen Fall anzapfen. Ja, diese Position der pharmazeutischen Dienstleistung oder dieses Budget. Und weißt du, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, die Apotheke, wenn ich die jetzt gerade mit einer Pflanze vergleiche und wo es kein Wasser mehr gibt und was passiert irgendwann? Und das erleben wir in diesem Markt, dann geht die halt ein. So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ein bisschen Wasser hilft da aber nicht, ich brauche mehr Wasser. Aber ich müsste zumindest... Aber die Gießkarte mit dem Honorage, die Gießkarte mit dem Honorage, die noch einen Apfelbaum von der deutsche Dienstleistung, um in dem zu bleiben. Aber das Überleben, ich glaube, das Überleben ist halt auch entscheidend und dazu zählt auch, dass du alle Ressourcen, in diesem Fall von Wasser, halt auch nutzt, die du hast, um dann eben zum großen Wurf zu kommen, von dem wir alle wissen, der wird aufgrund der wirtschaftlichen Umstände und der Zustände in den Krankenkassen, in den Kassen der Kassen, wird es ohnehin schwierig, da Kohle rauszuschneiden. Außer heute bei der Kundgebung geht es so ab, dass sich der Lauterbach erweichen lässt. Also, kurz zur Eindeutung, dieser Podcast erscheint... Erweigen. Genau, dieser Podcast erscheint Donnerstag. Genau, Donnerstag erscheinen wir, dann werde ich schon bei der Kundgebung gewesen sein. Da werde ich nämlich direkt hier nach der Aufnahme dieses Podcasts hinfahren, also die... War das das Futur 2 jetzt gewesen oder was? Das war Futur 2, wo ich mich immer frage, wie kommt man so in der deutschen Sprache darauf, ein Futur 2 zu brauchen? Das finde ich so schön, oder? Und warum heißt das so, Futur? So, das... Ist das so ein deutsches Ding, dass man irgendwie schon sicher sein will, dass das passiert sein wird? Oder auch so negativ von wegen, ja, das wird schon schiefgegangen? Schön ist auch, es hätte passiert sein können. Ja, wer weiß, wir hätten Lauterbach zu Tränen gerührt. Heute, hoffentlich. Also, quasi wir reden ja... Hoffentlich heute. Ja, hoffentlich heute. Genau, also die Freie Apothekerschaft und IG Med haben eben dazu aufgerufen, haben als letzte Aktion dieses Kittelprotest, über den haben wir ja hier schon auch mehrfach gesprochen, die sollen also heute übergeben werden. Man trifft sich dann in Berlin-Mitte, Glinkerstraße, Ecke-Bärenstraße, das ist da beim Gendarmenmarkt, wer sich in Berlin ein bisschen auskennt, und um die Ecke vom neuen Sitz des Bundesministeriums für Gesundheit in der Mauerstraße. Und Charles ist auch extra. Charles und Camilla kommen auch vorbei. Die kommen auch vorbei extra als Special Guest. Und was man so hört, wird King Charles, hätte ich fast wieder Prinz gesagt, King Charles, also einen, was singen für die Apotheker auf der Bühne. Also, kommt hin, seid live dabei. Ach, können wir jetzt ja nicht, weil es ist ja jetzt schon gewesen. Ha! Verfluchte Zeitformen. Naja, jedenfalls, davon werden wir dann berichtet haben. Und ja, also, wie siehst du das? Ist das super, dass die das jetzt machen als Aktion? Oder ist das, ich höre ja aus der App da ganz viel so ein bisschen, ich sage mal, abfällige Kritik an dieser Aktion, von wegen, ach, das ist jetzt wieder nur so ein kleines Ding, dann kommen da 70 Leute hin, damit erweicht man ja auch nichts lieber. Aber, die sind ja auch schon Osterferien, das finden die halt alle doof, dass die jetzt so kurz vor den Osterferien, bevor man sich eigentlich schon, man braucht ja immer eine Woche, wenn man in Urlaub geht, in der, ne? Ne, heute ist auch eine Abda-Sitzung. Ne, 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 heute ist eine Abda-Sitzung. Ne, also, wie kann man sich nur darüber ereifern? Auf der einen Seite weiß man, wie katastrophal die Lage in vielen Apotheken ist, wie schlecht die finanzielle Ausstattung ist, auch wenn man so in die Zukunft guckt, dass hier jeden Tag eine Apotheke durchschnittlich oder mehr zumachen. Und wie kann man dann auf die Idee kommen, egal welche Protestaktion es ist, zu belächeln? Wenn das so wäre, muss ich wirklich sagen, diese Leute gehören aber sofort von, entsorgt in eine andere Lobbystruktur, keine Ahnung wohin, aber mit Sicherheit nicht, können die die Interessen der Apotheker vertreten. Die werden vertreten von den Leuten, die sich die Zeit nehmen, auf die Straße zu gehen und für Arzneimittelversorgung, für Apotheke, für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustehen. Das ist relevant. Und da kommt ja immer dieser charmante Entschuldigung, da kommt ja immer dann auch dieser charmante Hinweis, wir dürfen ja gar nicht demonstrieren, die ADEXA, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten demonstrieren, weil man als Selbstständiger dürfte man nicht demonstrieren. Und ich stehe dann immer so und denke so, also oder streiken, ja, streiken nicht, ja, demonstrieren darf schon mal hier, aber ja. Ja, demonstrieren sollte jeder. Jemand soll für seine Interessen, das ist grundgesetzlich aus gutem Grund verbrieft, damit man für sich einstehen kann. So und dann, wenn da jetzt nur 70 oder 100 oder 80 gestanden haben werden, dann bin ich froh, dass die da zumindest gestanden haben und dafür eingestanden sind und eben alle anderen haben ihren Job gemacht, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, was ich daran nicht verstehe, ist, es passiert ja sowieso. Also du kannst ja jetzt, diese Gruppe ist ja so klein, sie sein mag, aktiv und kann auch irgendwie mit ihren Mitteln mobilisieren. Und die hat diesen Termin jetzt lange angekündigt und man hätte also Gelegenheit gehabt, sich auch als verfasste Apothekerschaft, wie auch immer, dazu zu positionieren. Und wenn man doch weiß, das findet eh statt, na dann, dann schlucke ich doch lieber einmal und trete mit aufs Gaspedal und sage, jetzt gehen wir auch all in und mobilisieren dafür alle Leute, damit das eben möglichst groß wird. Also dann so zu tun, dann habe ich so einen Satz gehört wie so, ach, ist das morgen oder war das heute schon oder so, habe ich dann gestern gehört, dann denke ich, also ihr müsst jetzt auch nicht so tun, als wüsstet ihr es nicht. 30 Wert am längsten, sage ich da immer. Ja, ich verstehe, also ich verstehe es einfach nicht so. Es gab ja einzelne Verbände, muss man dazu sagen, die haben gesagt, sie unterstützen das und so, aber die große Mehrheit hat offenbar nicht mal reagiert auf Anfragen oder gesagt, wir machen da nicht mit, wir machen unsere eigene Agenda und fordern in dem Herbst irgendwann Honorar. Ja, das wird ein heißer Herbst, freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn die Bundesregierung sich bis dahin ohnehin erfolgreich zerlegt hat, da hat man gar keine Ansprechpartner mehr, um irgendwas zu fordern. Das ist sowieso das Problem bei dieser Regierung, gefühlt. Also ich denke, dass diese Bräsigkeit ein strategischer Fehler ist, aber das lässt sich von der Seitenlinie natürlich immer leichter sagen, als wenn man ein Teil des Systems ist. Genau, wir wissen ja nicht, was jetzt kommt. Dann reden wir jetzt miteinander. Es gibt doch ein Gespräch, Lauterbach hat jetzt gesagt, er kommt vorbei. Genau, die Kommunikation dazu fand ich wirklich auch sehr Abda speziell wieder. Die hatte so etwas bisschen passiv-aggressives, so nach dem Motto, jetzt hat er endlich, nachdem wir ihn mehrfach aufgefordert haben, eingeladen und aus dem Apothekerhaus wurde dies angenommen oder so stand da drin. Da habe ich auch gedacht, komm, jetzt geht einfach hin und redet mit ihm. Aber ist ja gut, also ist ja toll, wenn es da einen Austausch gibt und wir hoffen natürlich sehr, dass die Abda da was erreicht und auch zumindest da durchdringend mit den wirklichen Problemen der Apothekerschaft. Insofern, toi, toi, toi für das Gespräch, soll irgendwann im April stattfinden. Ja, vielleicht ist das Gesetz wahrscheinlich Freitag. Also, ja genau, wenn sowieso, ja genau. Also das ist so, ja jetzt findet das Gespräch statt und was wird da passieren? Da wird man seine Sorgen und Nöte dem Minister präsentieren. Es wird eine gewisse Ehrfurcht geben und Distanz, die gibt es ohnehin. Und was würde man sich wünschen für dieses Gespräch? Man wünscht sich ja eigentlich einen tiefen, fachlichen, zahlenbasierten Austausch, der dazu führt, dass der Minister irgendein Einsehen hat und sagt, okay, das habe ich bisher nicht gewusst. Da werde ich... Das hat Herr Lauterbach, glaube ich, noch nicht gesagt, oder? Nee, genau. Das ist nämlich, das ist genau das Problem, glaube ich, in der Kommunikation mit jemandem wie Karl Lauterbach, dass der natürlich denkt, dass er gut informiert ist, egal ob er es ist oder nicht. Und das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gespräch mit dem Herrn Minister reicht. Ich möchte auch an eins erinnern, du warst ja auch, du hast es ja auch miterlebt, Deutscher Apothekertag 2022. Da hat er sich dann zuschalten lassen und hat den Apothekern aber sowas von Honig ums Maul geschmiert. Die ganze Halle hat irgendwie gesagt, ach, der ist ja ja nicht so schlimm. Die ganze Halle, alle waren so nach dem Motto, ach, guck mal, der hat... Ja, ich habe auch andere Stimmen gehört danach. Ja, aber es war so eine Grundstimmung mal wieder. Aber es ist natürlich auch schwer, jemanden zu konfrontieren, der nicht im Raum ist. Nein, so ist das. Das war aber auch bei anderen Gelegenheiten, als früher der Jens Spahn da war, dann hat er die ja da auch eingepackt. Genau, da ist man total aufgestanden und applaudiert, weil man den so super fand, weil das auch so ein Mann aus dem Volk ist, der auch anderen ein Schnippchen schlägt. Aber nochmal, ich finde Lauterbach, was kann aus so einem Gespräch herauskommen? Wird dort herauskommen? 12 Euro noch nicht sein. Doch, 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 das wird so sein. Ja. Nein, leider nicht wahrscheinlich. Aber naja, wir wissen es, wir werden es dann berichten, wenn es geschehen ist. Wie kann man den in die Zange nehmen? Alex, wie kann man jemanden wie Karl Lauterbach, jetzt mal ernsthaft, wie kann man den in die Zange nehmen? Wie kriegst du das, glaube ich? Das glaube ich, ich habe noch nicht mit Karl Lauterbach verhandelt, aber ich würde immer denken, wenn du wirklich über diesen Versorgungsalltag kommst, hast du wahrscheinlich bessere Karten, als wenn du einfach sagst, wir brauchen mehr Geld. Aber das ist jetzt wirklich eine totale Binse. Also ich würde hoffen, dass Karl Lauterbach wirklich Verständnis dafür hat, wie es gerade in den Apotheken aussieht, dass man ihm das mal vermitteln kann, dass es wirklich gerade Ausnahmezustand ist in vielen Betrieben. Und dass es von denen immer weniger gibt. Und wenn man, glaube ich, das in aller Klarheit rübergebracht kriegt, dann hat man vielleicht auch eine Chance, mit seinen Forderungen durchzudringen. Das wird die Abte sicherlich auch genauso machen, mehr oder weniger. Und es versuchen, ob es dann klappt oder in welchem Gesetz, wie auch immer, das ist natürlich ein sehr langer Weg, würde ich auch sagen. Braucht es eine politische Zange? Braucht es Kommunikation über die anderen in der Koalition, über die FDP, über die Grünen, was sehr sportlich ist? Aber trotzdem, der Wirtschaftsminister ist ja kein unwichtiges Ministerium für den Pharma- und Apothekenmarkt am Ende. Hat ja durchaus auch noch eine gewisse Strahlkraft. Ja, aus dessen Büro gab es ja zumindest mal diese Zusage, dass man sich um diese Entbürokratisierung kümmern wollen würde, um Null-Retaxe und so. Das zumindest FDP, glaube ich, wird ganz schwierig, weil die sind so auf diesem Film, wir wollen auf keinen Fall wieder als Apothekerpartei verschrien werden. Da, glaube ich, haben die Apotheken wenig zu erwarten. Ja, da musst du wieder einen Ölofen einbauen für die gerade im Moment irgendwie. Also du musst irgendwas verbrennen, weiß nicht. Die Bürokratisierung wird verbrannt, dann kommen die und sagen, ja, da sind wir dabei, das ist das richtige Wort für uns. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, dass man den Lauterbach politisch in die Zange nehmen muss. Ich frage mich auch, wann man sich stärker der Opposition bedient. Und damit meine ich ausdrücklich nicht die AfD, mit der man nicht reden darf, die man nicht einladen darf, finde ich. Weil es nämlich keine... Mit der Linken zu reden ist gerade auch schwierig, die reden mehr mit sich selbst. Ja, wenn man als Apotheken-Vorsitzender oder so, wenn man denen sagt, wenn man seinen Kindern zu Hause sagt, pass auf deinen Umgang auf. Und du sitzt dann irgendwo auf dem Podium mit einem AfD rechtsaußen. Das kannst du ja nicht machen. Da bist du ja unglaublich. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt gehen wir weg von denen. Selbst wenn du jetzt zur Union gehst, das passiert ja, aber dann kriegst du natürlich auch immer nur so, ja, die Apotheke fordert uns wichtig und wir unterstützen euch und so. Aber da kriegst du halt auch nicht viel mehr als warme Worte. Also ich finde die Zange innerhalb der Koalition dann schon zielführender. Dass man sagt, wir probieren mal über irgendwelche anderen Ministerien ein bisschen auf den Lauterbach einzuwirken. Und vielleicht ist Habeck dann mit der Zuständigkeit eben auch für das Apotheken-Honorar doch auch der richtige Weg. Aber der hat natürlich auch andere Probleme gerade. Der Habeck hat auch andere Probleme gerade. Das war ein super Satz, finde ich jetzt. Habeck hat andere Probleme. Hat er noch mehr Probleme als der Lauterbach, möchte man sich fragen. Ich befürchte zum Beispiel, wenn in dem Gespräch mit dem Lauterbach, wenn das Versorgungsthema kommt, dann könnte Folgendes passieren, dass Karl Lauterbach in der Rügenminute da in seinem Sessel liegt und nachdenkt und kurz sagt, das ist ein starkes Argument für meine Kioske. Dass die Apotheken bestimmte Leistungen nicht mehr erbringen können. Ich kann denen kein Personal besorgen. Das ist alles zu kompliziert. Ich kann denen auch keine Milliarden geben. Aber ich habe doch ein bisschen Geld für meine Kioske schon zurückgelegt. Aber da hört es ja schon auf dann. Also die Kioske kosten ja viel mehr Geld, als wenn man jetzt die Apotheken ein bisschen besser ausstattet, die da sind. Es geht ja nicht um betriebswirtschaftliche Logik anscheinend. Achso, Entschuldigung, das war mein Fehler. Ja, nee, es war kein Fehler. Du hast genau recht. Aber genau darum geht es ja nicht. Es scheint ja ein politisches Ziel zu sein. Warum auch immer, dass er glaubt, das zu machen. Aber da geht es ja auch um eine, weiß ich nicht, um eine parallele Versorgungswelt zu installieren. Also während man kleine Krankenhäuser schließt in diesem Land, weil man sagt, die versorgen nicht optimal, wir müssen das anders organisieren, macht man genau zwischen Arztpraxen und Apotheken und macht man jetzt noch Kioske auf. Da frage ich mich, was? Das ist eine qualitative Versorgungsrealität. Das werden wir zu verhindern wissen. Und wir kündigen auch an, wir schmeißen alle die Scheiben ein, wenn ihr das macht. So, Protestmaßnahmen hiervon, nur mal so zum Wissen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen in den zivilen Widerstand gehen. Apropos, ich muss jetzt gleich los zur Demo, Tom. Also nicht Demo, Kundgebung. Ich werde dann davon berichten. Ich freue mich schon. Und wir haben jetzt nicht mehr über Noventi gesprochen. Das wollten wir ja auch noch machen. Aber das Thema bleibt für uns fürchte ich. Da können wir so eine Ausgabe Noventi machen, weil da gäbe es schon einiges zu... Ich sag mal, da sind wir jetzt weggejumpt von dem Thema. Ja, da sind wir weggejumpt. Wir springen das in die nächste Folge exakt. Machen wir dann. Alles klar. Alex, es war schön mit dir. Mach's gut. Ebenso. Wenn ihr... Das war der Podcast. Nur mal so zum Wissen für Pharma und Apotheke und alle anderen, die an dieser wunderbaren Branche interessiert sind. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anregungen, Lobhudelei ist herzlich erwünscht. Genau. Hashtag NMWSZ? Nein. Komm, wir zeigen mal zusammen unsere Tassen. Wir zeigen mal unsere Tassen. Hashtag NMWSZ. Genau. Leute, schickt uns Kommentare, schickt uns Briefe und wir antworten womöglich mit einer illustren Tasse. Also, tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Oh, Gewinnspiel. Alles klar. Ciao. Ich fand uns aber jetzt ausgesprochen gut. Ausgesprochen richtig gut. Danke dir. Tschüss. 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 Tschüss.